Such dir ne Schelle Was für ne Schelle, Digga? Jungs, ne Schelle, Mann Das ist nicht, was ne Schelle ist Hey, was? Ne Schelle, Mann Ne Rohrschelle, Mann Ne Rohrschelle, Digga Was ist denn bei euch los? Wir verstehen was Das ist Frankfurt, wir klären uns anders hier Let's go Und Leute, sendet mir gerne Clips über meinen Discord-Server Das ist Frankfurt Der Link ist in der Videobeschreibung Viel Spaß mit dem Video Oh Hat schwimmen gewesen Yeah Oh Yeah Du bist zu Behinder? Oh, was ist denn hier los? Irgendwie Schimaden oder so Boah Frittchen Oder was ist das? Martin Boah Die bei den Ich date mir nix böse Ich guck zu meinem Kollege Der erste Date Er repariert auch so Richtig ist gut, Bigger Man muss Prioritäten setzen Man muss Prioritäten setzen Machen Pullover an blauer Mann Machen Pullover an blauer Mann Machen Pullover an blauer Mann Machen aufreden Voll viele Freunde von mir haben auch Desinfektionswitter in dem Bett Ja das ist fucking anal Gleitgel, Alter Jemand hat gesagt, dass ich nach Fisch denke Was soll ich sagen Kannst sagen Ja Mann Ich arbeite in einer Fischfabrik nebenbei Kann dir mal gerne einen Lachs mitbringen Wenn du Bock hast Ne Okay 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 Alright Was für nicht mal 900 Dezember Das ist mal Allerdings Das ist einfach Dich So, was haben wir denn hier F***n ist gesund Wort von I'm Eric gebannt Ein Eric, Bruder, nur weil du sexuell frustriert warst 2019 und der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen wolltest, kannst du doch nicht jemanden bannen, der reinschreibt, f***ing ist gesund. Was ist das denn, Digga? Eric, Statement, dafür hättest du ihm eigentlich VIP geben müssen, weil er hat nur Wahrheit geredet. Der ist schon seit 2019 wegen der Pisse gebannt, Digga. Das sind einfach zwei Jahre und vier Monate, in denen ein Eric mir sechs Euro genommen hat. Schade. Monatlich. Also Eric, das sind, ich will es dir nur mal ganz kurz verdeutlichen, das sind 180 Euro, die du mir genommen hast. Den Controller, den ich hier damals geschenkt habe, Eric will ich wieder haben. Bitte in Banner, hab kein Geld. Eric, bester Mann, Bruder, alles richtig gemacht. Sag ich dir so, wie es ist, du hast vorausschauend, vorausschauend hast du gehandelt, Digga. Vorausschauend, du wusstest, der fällt negativ auf, der wird sowieso nicht, hat kein Geld. BAM. So sind Eric und ich, Bruder. Komm, wobei, Eric, kannst du dir noch einen Controller abholen. Halt noch, Halt noch, Halt noch, Halt noch. Halt noch. Halt noch. Drink, man, diese Bierfusion wird dir was bringen. Ich bin 18 Jahre alt. Du schaust mir einen Kuchen an. Was? Ein Kuchen? Ja, du gehst mir auf den Keks, Mann. Ich bin nicht verletzt, Alkohol. Ich verstehe, es ist nur eine Trainstation. In Amerika ist es verletzt, Alkohol von 21 Jahren. Du hast die Nummer verletzt, nicht 21. Hier in Deutschland? 12. Hier? 12 Jahre, okay? Sind du verletzt? Mach es, Leute. Okay. Beten tust du, oder? Leider nicht. Oder aber Schweinefleisch isst du nicht, oder? Ja, ab und zu, wenn mal ein Rewe-Beefee angeboten ist, dann mach ich mal einen kleinen Biss. Ja, fasten tust du dann bestimmt auch nicht, ne? Lieber Bruder im Islam, ich bin am fasten, Hamdulillah. Und du solltest dich schämen, dass du mich das... ...spielte darauf brünstig und taufte diesen Knaben zum Flötenmann.